In dieser ASC Punk Show geht es um die Grundsteuerreform in Deutschland und es geht um die Erfolgschancen einer unternehmerischen Idee. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der ASC Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, ihr Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Phil fragt, Hallo Gerald, es werden derzeit vermehrt Hiobsbotschaften zur zukünftigen Neugestaltung der Grundsteuer in den Medien gebracht. Umständliche Bewertungsverfahren, die Eigentümer, welche Immobilien nicht in der Pampa haben, ungerecht behandeln und für die der administrative Aufwand in keinem Verhältnis steht. Das ständige Beteuern seitens der Politik, dass unterm Strich das Grundsteueraufkommen nicht steigen wird, niemand hat die Absicht, und neuerdings die Idee der SPD, Vermietern zu verbieten, die Grundsteuer umzulegen. Handelt es sich hier um Nebelkerzen oder doch um negative Vorboten? Kannst du bitte mal hierzu deine Meinung äußern? Danke, liebe Grüße, Phil. Phil, also zu deiner Frage zur Grunderwerbsteuer-Diskussion in Deutschland. In der Politik wird immer mal viel diskutiert und dramatisiert, und am Ende kann man Dinge erst beurteilen, wenn sie in dem ersten Mal im Gesetz stehen. Und da kann sich noch viel ändern, es kann die Koalition zerbrechen, es kann gar nichts passieren, oder irgendein Wischiwaschi-Gesetz, es kann ein sehr strenges Gesetz passieren, das weiß man alles noch nicht. Und selbst wenn es ein Gesetz gibt, ist noch immer die zweite Frage, vor allem wenn es sehr schwierig in der Umsetzung und Berechnung ist, dass es vermutlich dann bis zum Höchstgericht angefochten wird, dass es nicht implementierbar ist, und dass dann über jahrelangen Gerichtsprozessen, wenn man alle Dinge wieder verändert werden, und dass vielleicht dann noch eine Gesetzesänderung kommt. Das heißt, Politik vorherzusagen und deren Interpretation ist mehr als nur Kaffeesudlesen, es ist schlicht und einfach unmöglich, und selbst wenn du die handelnden Parteien fragst, die im Bundestag sitzen und abstimmen sollen, oder in der Regierung, wissen sie meistens auch nicht, was herauskommt. Grundsätzlich gibt es natürlich ein paar Szenarien. Nummer eins ist sicherlich so, dass wenn die Grundsteuer signifikant teurer wird, ist das natürlich mal eine Belastung. Die Frage ist, derzeit ist die Grundsteuer ein, nennen wir es mal, sehr geringer Posten, der nicht wirklich viel ausmacht, selbst wenn man die Grundsteuer um 30% erhöhen würde, oder 40% würde sich auch nicht wahnsinnig viel tun mit den Immobilienpreisen, aber wenn man beispielsweise die Grundsteuer sich verzehnfachen würde, das würde schon was ausmachen. Und dann stellt sich die zweite Frage, ist die Grundsteuer auf den Mieter umlegbar, also zahlt der Mieter die Zeche, oder ist die Grundsteuer auf den Mieter nicht umlegbar, zahlt der faire Mieter die Zeche. Und unter diesen beiden Parametern kann es am Ende ein No-Event sein, oder selbst wenn jetzt die jetzige Grundsteuer etwas höher ist und auf den Vermieter umgelegt wird, oder teilweise auf den Vermieter umgelegt werden, das passiert auch noch nicht so viel, aber das sind keine Riesensummen. Aber sollte eben eine sehr hohe Grundsteuer kommen, ich meine nur als Beispiel, in Florida beispielsweise ist die Grundsteuer 2% vom behördlich festgelegten Marktwert pro Jahr, und der Markt wird jetzt, wenn du beispielsweise in der Finanzkrise 2008, 2009 eine Wohnung in Florida gekauft hast, für 400.000 Dollar, und der Markt wird jetzt heute Million Dollar, und der behördlich festgesetzte Markt wird jetzt 800.000 Dollar, dann zahlst du nicht mehr die 2% auf deinen ursprünglichen Einkaufspreis, sondern auf den jetzigen, viel höheren Wert. Also Grundsteuer kann schon auch drakonisch sein, und wenn du dann diese Grundsteuer auch nicht auf den Mieter umlegen kannst, dann kann das Ganze tatsächlich Immobilienpreise nachhaltig negativ beeinflussen, weil es ja auch den Cashflow in der Erträge nachhaltig negativ beeinflusst. Aber was wirklich kommt, wird man ja sehen, man hat es ja auch bei der Mietpreisbremse gemerkt, dass oft die Dinge dann auch nicht halten, nicht umgesetzt werden und ähnliches. Aber manche Dinge halten auch schon, siehe beispielsweise das Bestellerprinzip, also heute gibt es eigentlich keinen Makler mehr, der vom Mieter die Maklerprovision kassiert, sondern wird immer vom Vermieter kassiert. Und who knows, was sich die Politik alles einfallen lässt. Und last but not least, hängt es natürlich auch sowohl von der gesamtwirtschaftlichen Situation ab, als auch, wenn man weiß mal, ob die Politik rational agiert, oder ob viele Affen drinnen sitzen, und auch im Ausgang von Wahlen vorherzusagen, oder wie dann eine Regierung zustande kommt, und wie sie agiert, ist wirklich schwer zu sagen. Everything is possible. Max fragt, Lieber Gerald, wie findet man heraus, ob eine Geschäftsidee erfolgversprechend ist? Wie findet man heraus, ob eine Geschäftsidee erfolgsversprechend ist? Also, am Ende findest du es nur heraus, wenn du es wirklich machst. Aber du kannst dann schon gewisse Guidelines nehmen, ein gewisses Vorab-Research machen, um eben, nennen wir es mal, zumindest eine Indikation zu haben, ob dein Projekt, ob das, was du machst, erfolgsversprechend ist, oder eher zum Scheitern verurteilt ist. Das erste Mal, dass du nicht mal ökonomisch ausrechnen musst, ob das überhaupt sich rechnet. Das zweite ist, du musst schauen, ist ein Bedarf da? Wenn du jetzt irgendwelche obskure Software entwickelst, und sagst, ich hoffe halt mal, dass ein Bedarf da ist, musst du nicht schauen, den Bedarf musst du ermitteln. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, heute Market-Research zu machen, oder dir, nennen wir es mal, mögliche Kunden befragen, und ähnliches. Also, auch das kann man strukturiert abarbeiten. Das ist das erste Mal, das wirtschaftliche Modell. Du schaust, kann sich das überhaupt rechnen, oder steht unter dem Strich ein Null, oder ein Verlust? Wie viel Kapital brauche ich auch dafür? Rechnet sich das auch, wenn ich das Kapital, was ich dafür brauche, und das Risiko nehme, was ich nehmen muss, rechnet sich das dann auch noch? Ist ein entsprechender Bedarf da, für den Kunden? Wie schaut der Wettbewerb aus? Wenn du in einen Markt gehst, wo wahnsinnig viel Wettbewerb ist, kann es nicht sein, dass das Ganze nicht funktioniert, mangels Profitmargen. Das heißt, du musst eine genaue Markt- und Wettbewerbsanalyse machen. Man kann sich auch die Produkte oder Dienstleistungen der Wettbewerber ansehen. Man kann auch mit Marktteilnehmern, Industrieexperten reden, auf Konserenzen fahren und ähnliches mehr. Natürlich auch die nächste Frage noch, gibt es sehr große technologische Veränderungen, nirgenderweise die eine ganze Branche, ein ganzes Geschäftsmodell, was ich machen will, bedrohen? Oder kann ich vielleicht diese technologischen Veränderungen herbeiführen oder an denen profitieren? Und dann last but not least, sind jetzt natürlich vor allem auch individuelle, persönliche Gründe. Nr. 1 ist meistens die Frage, hast du in dem Team, mit dem du das Ganze aufbauen willst, überhaupt die Fähigkeiten dazu? Wenn du jetzt sagst, okay, ich will ein IT- und Online-Geschäft haben, wo es um sehr viel Programmieren geht und das keine Ahnung von Programmieren, vielleicht auch keine Ahnung von Online-Marketing, musst dich überall teurer Agenturen bedienen, dann ist das Ganze vielleicht zum Scheitern verursacht, mangels Fähigkeiten. Wenn du nicht bereit bist, am Anfang entsprechend zu arbeiten, dann vielleicht auch privat eine Beziehung hast, was heißt, ich sei um 5 Uhr zu Hause, dann werden sich viele Geschäfte auch nicht eignen dafür, weil es liegt dann einfach der Arbeitseinsatz, der notwendig ist, um das zum Laufen zu bringen, was mal nicht möglich ist. Nächste Frage, der du stellen musst, habe ich das Kapital dafür, um das Unternehmen, wie auch meine persönlichen Lebenshaltungskosten abzudecken, bis das Unternehmen überhaupt in die Gewinnzone kommt, weil es mag schon sein, dass das langfristig erfolgreich ist, aber wenn du kurzfristig einfach die Kasse leer hast, dann gehst du bankrott und es kommt der Kuckuck und du hast keine Chance, dein Projekt zum Erfolg zu führen. Und die letzte Frage ist natürlich auch, ist sowohl die Art der Arbeit, die Art, wo du arbeitest, mit welchen Leuten du zusammenarbeiten musst und ähnliches, ist das kompatibel mit deinen Lebensplänen? Beispielsweise, nimm dir ein Beispiel eine personenbezogene Marke. Wenn du sagst, ich will eine personenbezogene Marke aufbauen, dann musst du in der Öffentlichkeit stehen, dann musst du bereit sein, auf der Bühne zu stehen, dann musst du bereit sein, Dinge über dich preiszugeben. Wenn du das nicht willst, dann kannst du so ein Geschäft nicht machen. Oder beispielsweise, wenn du jetzt sagst, ich bin absolut kein Morgenmensch und es gibt gewisse Geschäfte, wie beispielsweise, wenn du jetzt am Bau arbeitest oder Immobilien entwickelst, was viel mit Baufirmen zu tun hast, dann musst du natürlich relativ zeitig aufstehen, weil die Baufirma beginnt um 16 Uhr arbeiten und hört aber um 16 Uhr, spätestens 17 Uhr auf und so weiter. Wenn du jetzt sagst, beispielsweise, ich will deine Skischule aufbauen, aber du bist sehr kälteempfindlich, dann ist das vielleicht auch die falsche Kombination. Und genau hier musst du dich diese ganzen Fragen beantworten, sowohl die inhärenten für das Geschäftsmodell und für die Branche als auch deine persönlichen Fragen. Und hier möchte ich vielleicht auch noch einen Punkt anbringen, die meisten Leute stolpern irgendwie per Zufall in irgendeine Branche oder in irgendein Unternehmertum, obwohl sie sich das gar nicht bewusst überlegt haben. Meistens stolpern sie da hinein, dass sie zuerst als Angestellter gearbeitet haben und gesagt haben, okay, das interessiert mich, ich werde selbstständig oder weil ich es halt kann, mache es aufs eigene Rechnung, weil es lukrativer ist. Oft ist es auch so, dass die Eltern vielleicht schon einen Beruf ausgeübt haben, die Eltern waren Arzt oder Anwalt, die Kinder werden Arzt oder Anwalt, übernehmen vielleicht das Geschäft. Aber nur sehr wenige Leute treffen bewusst eine Entscheidung auf Basis von Fakten und Analysen, in welches Unternehmen oder in welchen Geschäftsbereich sie überhaupt gehen und deswegen passieren oft Dinge, die da wo den Dingelanden scheitern, weil eben jetzt nicht die Entscheidung eher per Zufall oder Lockerheit getroffen wird, nicht auf Basis von einer fundierten Analyse der Marktgegebenheiten, der Wirtschaftlichkeit und auch der persönlichen Präferenzen und Fähigkeiten. Und wenn ihr das macht und bereit seid dazu, dann gehört es zu einer ganz kleinen Elite und eure Erfolgswahrscheinlichkeit als Unternehmer ist deutlich, deutlich höher. Wie war es bei euch? Habt ihr bewusst entschieden, in welche Branche ihr als Unternehmer geht? Oder seid ihr einfach mehr per Zufall in eine Branche oder in eine Industrie hineingerutscht? Schreibt eure Kommentare und eure Fragen hier unter dieses Video. Wenn dir diese erste Punkshow gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video und abonniere meinen Kanal. Und wenn du mehr zu diesen Themen wissen willst, findest du das auf meiner Plattform www.investmentpunkacademy.com Ich wünsche dir alles Gute und sehr viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.